Unser Hauptstadt-Korrespondent Tim Herden ist uns nun zugeschaltet. Tim, wie ernst wird denn diese neue Bewegung genommen in Berlin? Ja, ich glaube, diese schnellen Abwehrreflexe aus allen drei Parteiführungen, SPD, Grünen und Linkspartei, die zeigen, dass man da schon eine Gefahr sieht, dass man da schon Angst hat, da entsteht eine neue Konkurrenz. Und natürlich ist man mittlerweile auch gewarnt, denn man hat ja beobachtet, was auf der rechten Seite des politischen Spektrums entstanden ist, zum Beispiel mit Pegida und wie schnell so eine Bewegung auch eine Eigendynamik entwickeln kann. Und vielleicht ist ja auch der Kurswechsel der SPD, zum Beispiel in der Rentenpolitik, jetzt zu sagen, Rentensicherheit bis 2040 auch schon eine erste Reaktion, hier ein wenig gegenzusteuern und einer solchen Bewegung ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Zumindest wenn man auf die prominenten Unterstützer schaut, dann sieht das aus wie eine Liste ehemaliger Parteichefs. Ist das vielleicht mehr eine Frustbewegung? Ich glaube schon, dass Wagenknecht, Lafontaine und auch Ludger Vollmer sicherlich auch Simone Lange, unzufrieden sind mit der Entwicklung in ihren Parteien. Sie kritisieren ja auch deutlich, dass sie sagen, diese drei Parteien, also selbst die Linke, hätten sich von den sozialen Problemen und den sozialen Ängsten der einfachen Menschen sehr weit entfernt. Natürlich wollen sie auch ein Gegengewicht schaffen zur AfD, die sich ja immer mehr als Politik der kleinen Leute, als Partei der kleinen Leute etabliert. Das war ja früher das Feld der SPD oder auch der Linkspartei. Und ich finde es nur interessant, dass Wagenknecht und Lafontaine jetzt bereit sind, über den Druck von außen auf die drei Parteien zu versuchen, ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene herzustellen. Denn dagegen waren sie ja bisher eigentlich. Was kann denn daraus werden? Kann das am Ende eine neue linke Partei sein, die dann auch einen Platz im Parteienspektrum findet? In der Bewegung gibt es schon die Diskussion darüber, ob man sich nicht zur Partei formieren muss. Vor allem, wenn man eben gegenüber diesen drei Parteien, SPD, Linken und Grünen, diese Forderungen, die man hat, nicht durchsetzen kann. Man muss sich nur aber auch über die Folgen klar sein. Es gäbe eine weitere Zersplitterung des linken Lagers. Und vor allem für die SPD und die Linkspartei, die, glaube ich, am meisten bluten müssen, könnte eine solche neue linke Partei vor allem existenziell werden. Nicht nur in den Ländern, sondern auch im Bund. Einschätzungen von Tim Herden aus Berlin. Herzlichen Dank dafür.